Herzlich Willkommen im Dezember, im dunkelsten Monat des Jahres, der mit so vielen Lichtern beleuchtet wird und der dich an beides erinnert, an die Dunkelheit in dir und an das Licht. Und ja, der Start in den Dezember, der zeigt sich hier sehr spannend. Ich habe die Karten für dich schon aufgedeckt, wie du siehst und du kannst wie immer gerne aus dem linken oder aus dem rechten Stapel eine Botschaft, eine persönliche Botschaft für dich auswählen. Du kannst dafür gerne das Video kurz anhalten oder wenn ich mit der Hauptlegung fertig bin, dann nochmal kurz anhalten und in dich hineinspüren, welche Botschaft für dich heute, für diese kommende Woche im Dezember wichtig und wertvoll ist. Ich fange in der Zwischenzeit schon mal an mit den zwei ziemlich spannenden mittleren Karten, die hier nämlich genau das aufzeigen, die Dunkelheit und das Licht. Die Dunkelheit in dir, die dich vielleicht auch an Situationen aus deiner Kindheit erinnert, wo dieses bedürftige kleine Kind in dir so sehr sich nach Liebe gesehnt hat, so sehr nach Aufmerksamkeit gesehnt hat und du nicht gesehen worden bist. Du darfst hier für dich selbst jetzt Mutter oder Vater sein und dich selbst als dieses innere Kind sehen, was in der Kindheit nicht genügend Liebe bekommen hat. Schenke sie dir selber und damit erlaubst du dir deine Freiheit. Damit kannst du selbst das Licht in dir entfachen. Du kannst deine Flügel ausbreiten und fliegen aus der Dunkelheit hinaus ins Licht. Doch vergiss bitte nicht, dass beide Seiten für sich wertvoll sind. Zum einen für sich alleine die Dunkelheit und das Licht ist wertvoll und beide gemeinsam erst ergeben eine Einheit, die Einheit, die du bist. Und wie sich das Ganze in deinem Leben auswirkt, das zeigen hier oben die Karten und zwar auch die erste schon gleich. Es ist nämlich deine Entscheidung, ob du die Dunkelheit wählst, ob du in dem Kummer und in dem Schmerz bleibst oder in die Freiheit gehst. Und auch die zweite Karte sagt sehr schön, du bist am Abwägen, du jonglierst vielleicht auch mit den Bällen hin und her, mit den Möglichkeiten und bist dir ein bisschen unschlüssig, vielleicht schwankst du in deinen Entscheidungen. Nimm dir Zeit, um da tiefer zu schauen. Nimm dir Zeit, wirklich alle Möglichkeiten, so gut du kannst, für dich herauszufiltern. Was ist für dich wertvoller? Das Licht in dir oder die Dunkelheit? In welche Richtung geht deine Entscheidung? Entscheidest du für dich oder entscheidest du für andere? Das Ass der Schwerter ist ja teilweise auch ein zweischneidiges Schwert, denn du darfst dir bewusst werden, wenn du für dich entscheidest, wirst du auch zwangsläufig dich teilweise gegen andere entscheiden müssen, gegen einen anderen Weg. Und die Angst, falsch zu entscheiden, das ist es, was sich hier gerade in dir ausbreitet, wo du denkst, oh, wenn ich jetzt mich entscheide, nicht, dass ich dann in die Dunkelheit falle. Darum geht es nicht. Du fällst immer auf deine Füße und du fällst immer in die Hände Gottes. Und es geht auch darum, dein Herz zu schützen. Ein Stück weit deinen Standpunkt zu behaupten, dein Herz zu schützen, aber es nicht zu verschließen. Denn ganz gleich für welches, ja, tragische Gefühl, schmerzhafte Gefühl du dein Herz verschließt, du verschließt es damit für alle Gefühle und somit auch für die Liebe und für die Leichtigkeit. Also schütze dein Herz und halte es offen. Sei offen für die Möglichkeiten, die sich dir zeigen. Sei offen auch für andere Meinungen. Und du darfst jetzt wirklich darauf schauen, welche Samen du gelegt hast. Diese Karte zeigt sehr deutlich, dass es, ja, ein Stück weit innerer Geduld bedarf, ein Stück weit des Ausruhens, des In-sich-Gehens. Betrachte die Samen, die jetzt beginnen zu blühen, auch wenn es draußen genau das Gegenteil hat, nämlich die Dunkelheit und die Natur, die sich zurückzieht. Doch in dir beginnt jetzt dieser Same aufzugehen und du kannst dir all die Samen ansehen, die du bisher gesät hast. Und hier ist auch noch einer, vielleicht ein ganz neuer, der jetzt gesät werden möchte. Vielleicht ist es die Geduld, vielleicht ist es deine Selbstliebe, deine Selbstwertschätzung, deine Selbstachtung, die dich eben auch dazu einlädt, dich ein Stück weit von anderen abzugrenzen. Und so wie die Herrscherin hier auf der Unterseite des Stapels schwanger ist, vielleicht gehst auch du gerade mit einer neuen Idee schwanger und bist dir noch unschlüssig, in welche Richtung sich diese Idee auswirken wird. Du kannst weiter hin und her schwanken, du kannst weiter alle Eventualitäten betrachten, nur solange du keine Entscheidung triffst, und dafür steht das Ass der Schwerter, wird sich auch nichts bewegen. Dann werden die Samen schlummern, doch sie werden nicht erblühen. Dann schaukelst du deine Ideen hin und her und es wird nicht wirklich zum Erfolg führen oder diese Idee kommt nicht ins Leben, weil du an dir zweifelst, weil du glaubst, du bräuchtest da eine Bestätigung im Außen. Du selbst bist deine Bestätigung, denn sonst wärst du nicht hier, denn sonst wäre auch diese Idee oder diese Richtung, die sich da gerade in deinem Leben zeigt, nicht da. Vielleicht nimmst du dir Zeit und entzündest dir selbst eine Kerze. Erwecke die Lichter in dir, erwecke das Licht in dir, nimm dir eine Kerze, entzünde sie, mach eine Meditation dazu, spüre in dir, wo ist da noch diese Bedürftigkeit nach der Liebe und Anerkennung anderer und wo bist du bereit, all dies jetzt loszulassen und wie ein Phönix aus der Asche empor zu steigen. Und wir haben hier gleich nochmal den Phönix, denn es geht um eine wirklich tiefe Transformation. Wandel alte Last in neue Kraft. Wandel diese alte Bedürftigkeit, diese alte Angst, nicht genug zu sein, nicht gesehen zu werden, in die Kraft deines Selbstwertes und geh mit dem, wie du bist. Geh mit dem, für das, was du da bist. Geh mit der Idee und breite deine Flügel aus und lass alle Masken fallen. Steh zu dir selbst und erlaube dir, dich der Welt so zu zeigen, wie du in dir bist, wie du dich fühlst, wie du lebst, wie du die Welt wahrnimmst. Erlaube dir all diese alten Wertvorstellungen, die du vielleicht von anderen übernommen hast, wie du sein solltest, wie du dich geben solltest, wie du reagieren solltest. Lass das alles los und erlaube dir, nach deinem Herzen zu handeln. Öffne dein Herz für dich und erlebe, wie sich damit in dir all diese alten Muster vielleicht schmerzhaft zeigen, das wird dazugehören. Doch spüre auch, wie sie sich durch deine Bewusstwerdung, dass es eben diese alten Geschichten sind, auflösen können. Ich finde, es ist eine sehr spannende Botschaft zum Einstieg in den Dezember. Und ja, wie sollte es sein, es gibt immer noch alte Themen, die sich zeigen, alte Ängste, alte Muster, alte Gedankenstrukturen, die jetzt mehr und mehr ans Licht kommen und aufgelöst werden möchten. So, ich hoffe, du hast gewählt. Ansonsten hältst du einfach nochmal kurz an, machst nochmal kurz Pause und spürst links oder rechts, welche Botschaft ist jetzt für dich gedacht. Und ich fange hier mit dem linken Stapel wie immer an. Und das, was sich hier zeigt, ist besonders schön. Das ist nämlich das All-Eins-Sein, das Universum, die Einheit, der Ursprung, dieser Kreis im Kreis, im Kreis, im Kreis, aus dem alles heraus entspringt. Und dieser Kern ist auch in dir. Also du bist verbunden mit dem Leben, mit dem Universum, mit allem, was ist. Und diese Verbindung darfst du jetzt spüren und du darfst diese alten Muster ablegen, die dir noch erzählen, dass du es womöglich nicht wert bist, so wundervoll zu sein, wie du eben bist. Denn, ich mache es ein bisschen spannend, in dir möchte ein neues Licht geboren werden. Der Stern, die Hoffnung, das Licht. Das Licht und die Hoffnung auf neues Leben. Mit diesem Licht in dir kannst du diese ganzen alten Muster beleuchten und du wirst merken, dass die Muster letztendlich ohne Ende Geschichten in deinem Kopf sind. Denn wenn du dich dem Licht in dir anvertraust, lösen sich diese Geschichten auf, lösen sich auch diese Ängste auf. Und es kann zu ganz neuen Partnerschaften und Verbindungen kommen. Das kann jetzt beruflich, privat, familiär sein. Du kannst jedoch hier auch eine ganz neue Partnerschaft mit dem Leben eingehen. Mit, ja, mit den Ideen, mit dir selbst sogar. Eine ganz neue Partnerschaft, dass du auf dein Herz hörst. Dass du in dieser Woche dich selbst hörst. Dass du dir selbst die Hand reichst, deinem inneren Kind. Und dass du dich selbst stärkst. Und dadurch kannst du dann auch wieder andere Menschen stärken, weil du nicht mehr in dieser Bedürftigkeit und Anhänglichkeit bist, dass ein anderer dir etwas geben müsste, sondern du aus dir heraus genährt und getragen bist und gestützt und gehalten. Jetzt hatte ich fast das Wort verloren. Gaia, die Mutter Erde selbst, erinnert dich daran, dass für alles gesorgt ist und mit der Nahrung erinnert sie dich vielleicht auch nochmal daran, mehr oder ein bisschen mehr an deinen Körper zu denken, auf deinen Körper zu achten und ihn mit wertvoller, gesunder Nahrung zu versorgen, um eben auch damit diese alten Muster, die sich auch körperlich dann zum Teil festsetzen, aus deinem Körper heraus zu lösen. Denn da ist noch einiges verborgen im Dunkel, einiges, was du bisher nicht anschauen mochtest und der Eisberg erinnert dich daran, dass eben nur 5 bis 10 Prozent deines Bewusstseins an der Oberfläche liegen und der ganze Rest 90 bis 95 Prozent in deiner Tiefe, in deinem Unterbewusstsein. Und dort kannst du nur ankommen, dort kannst du nur hineintauchen, wenn du wirklich still bist. Wenn du eine Entscheidung triffst, ich möchte heute für mich eine Kerze entzünden und in diese Tiefen hineintauchen, um all die alten Muster zu erkennen und zu heilen. Und Erzengel Rats Asrael ist an deiner Seite und sagt, du bist ein geborener Berater und viele Menschen profitieren von der Führung und dem Trost, den du ihnen vermittelst. Vermittle das, was du anderen vielleicht schon gibst, heute einmal oder in dieser Woche dir selbst. Berate dich selbst, vielleicht mit deinen inneren Anteilen, mit deinem inneren Kind und schau, was dir gut tut. Öffne dich auch für die Unterstützung, deines Schutzengels. Öffne deine Arme, öffne dein Herz und spüre, wie du auch durch deine geistigen Begleiter hier gut beraten bist und Hilfe und Unterstützung bekommst. Und was letztendlich hier aktiviert werden möchte, ist deine Herzenskraft. Denn dein Herz ist ein stärkender Mittelpunkt. Von ihm aus verströme ich meine Herzenskräfte, für das gesamte Sein. Und das gesamte Sein schließt dich eben mit ein. Und all das, was du vielleicht an dir jetzt noch nicht so magst, darfst du in diese Herzenskraft mit hineinnehmen. All das darf in diese Heilung mit einfließen, damit eben auch diese Aspekte geheilt und transformiert werden. Und die Erdenengel sagen, ich erinnere mich, wer ich wirklich bin. Erinnere dich, dass du ein Teil des Ganzen bist, dass du aus der Quelle entstammst, dass du altes Wissen in dir trägst, dass du die Verbindung zu allem Leben in dir trägst. Altes Wissen ist bereit in mir. Ich öffne meine Sinne, mein Herz und meine Intuition und lausche auf die Zeichen und Impulse. Die Erde ist ein riesiger Wissensspeicher. Ich darf mich nun wieder daran erinnern, wie ich Zugriff darauf habe. Das Wissen wurde sehr lange gehütet, aber jetzt ist die Zeit gekommen, es wieder abzurufen. Und du trägst einen sehr großen Wissensschatz in dir und es ist jetzt an der Zeit, darauf zuzugreifen. Es ist jetzt an der Zeit, all dieses Wissen erst einmal für dich zu verwenden und dann in die Welt zu geben als Berater, als Mensch, der anderen Menschen zur Seite steht. Das ist eine ganz, ganz wundervolle Botschaft, wie ich finde. Ich gucke gerade mal. Ich muss mal hier ein bisschen schieben, damit mein Platz auch ausreicht und du auch, wenn du dir den rechten Stapel gewählt hast, eben alle Karten anschauen kannst. Und hier zeigen sich die Pflanzen. Die Pflanzen, die sich jetzt gerade in dieser Jahreszeit mehr und mehr zurückziehen, andere Pflanzen, die jetzt gerade blühen und aber auch das Wachstum, was in dir liegt, dieses Wachstum, was hier oben schon angezeigt ist, wo es vielleicht jetzt ein Stück weit Ruhe, Entspannung, Gelassenheit, Ausruhen braucht, damit sich eben auch diese ganzen Kräfte in dir neu sammeln können und das Wachstum in dir sich entfalten kann. Und entfalten tut sich das Ganze über dein Kronenchakra, denn du wirst hier eine neue Verbindung mit Mutter Erde, mit den Pflanzen und mit Vater Himmel spüren. Und es werden neue Energien zu dir strömen, die über dein Kronenchakra durch deinen ganzen Körper hindurch fließen und dadurch, guck mal hier wie schön, nochmal der Baum, dadurch kann eben auch Wachstum entstehen. Du kannst dieses Wachstum jetzt hier schützen, behüten, ja, es in dein Herz auch nehmen und in dir spüren, dass da diese Zuversicht ist, dass sich eben alles in seinem eigenen Tempo und zum Besten und zum Wohle aller entfalten wird. Und bei dir geht es auch nochmal darum, ein Stück weit altes Karma loszulassen, aufzulösen und das passt auch sehr schön hier zu dieser Bedürftigkeit und der Freiheit, wo ist da vielleicht auch in deinen Ahnenlinien schon dieses Muster aufgetreten, dass eben diese Abhängigkeiten waren, vielleicht ist die Frau von dem Mann abhängig gewesen, vielleicht durfte sie nicht ihr eigenes Geld verdienen und musste zu Hause sein und hat sich immer nach der Freiheit gesehnt. Oder Frauen durften ja schon ganz und gar nicht selbstständig sein oder ihre Meinung sagen und all dieses alte Karma, das darf sich jetzt auflösen und darf jetzt geheilt werden. Und der Wolf kommt zu dir und schenkt dir die Möglichkeit, ein Stück weit allein zu sein, also wie ein einsamer Wolf durch die Reiche deines Inneren zu reisen, um da diese alten Muster zu entdecken und vielleicht ganz instinktiv oder intuitiv die Geschichten aufzustöbern oder die Gefühle. Es braucht noch nicht mal eine Geschichte dazu. Es geht darum, wirklich, aha, da ist ein altes Muster und einmal durchfühlen und jetzt darf es gehen. Es kann und darf wirklich einfach sein. Und Erzengel Jeremiel sagt, alles ist gut. Also so wie du auf die Suche nach deinen Ahnenthemen gehst, nach dem alten Karma oder auch wie du in dir dieses Wachstum jetzt öffnest, es ist alles gut. Alles geschieht genau so, wie es geschehen soll, mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Also auch wenn dir die Geschichte deiner Ahnen jetzt vielleicht nicht so klar ist, du wirst es verstehen in dem Moment, wenn es erlöst ist oder vielleicht durch ein Wort, durch ein Bild von außen oder auch durch eine Eingebung, über dein Kronenchakra und es macht Schnipp und du weißt, ah, jetzt ist es gelöst. Und auch hier bei dir wieder nochmal Gelassenheit. Ich lebe mein Leben in heiterer Gelassenheit. Du darfst den Baum, den Samen sein lassen und du darfst in dir wirklich verankern, dass alles in der rechten Zeit geschieht, dass es für alles Zeit braucht und dass sich eben jetzt alles entfaltet, wie es sich entfalten soll. Und auch für dich ein Erdenengel. Ich lebe meine eigene innere Wahrheit, auch wenn das oft herausfordernd ist. Und das passt auch wieder zu den alten Karma-Themen. Auch wenn es herausfordernd ist und du vielleicht im Außen auf Widerstand stößt, erkenne deine innere Wahrheit. Meine Wahrheit zu leben ist mir wichtig. Ich übernehme nicht einfach alles, was andere für wahr halten. Ich gehe in mein Herz und finde heraus, was richtig ist, was sich wahrhaftig anfühlt. Wahrheit ist Liebe. Zusammen mit gelebter Weisheit, die sich mir nach und nach in meinem Leben erschließt, lebe ich meine innere Wahrheit. Und ja, aus deinen Erfahrungen heraus, aus den Erlebnissen der Ahnen heraus, aus dem, was du in deinem Leben gelernt hast, kann sich deine lebendige Seelenweisheit hier zum Ausdruck bringen. Und die Verbindung dazu ist zum einen dein Kronenchakra und zum anderen, dass du wirklich mit Mutter Erde verwurzelt bist, was eben hier auch der Baum da angezeigt hat. Ja, ich würde sagen, es wird eine ordentlich transformierende Woche nochmal. Und obwohl die Schmetterlinge jetzt wahrscheinlich zum einen im Winterschlaf sind und zum anderen in den warmen Süden gezogen sind, darfst du dich an dein inneres Feuer setzen und du darfst deine Flügel ausbreiten. Ja. Ich wünsche dir nun einen wundervollen ersten Advent, eine schöne erste Dezemberwoche und denke daran, die Dunkelheit ist ebenso wertvoll wie das Licht in dir. und ja, entzünde einige Kerzen, mach ein paar Lichter an und schon ist es vielleicht nicht mehr ganz so gespenstisch. Auf jeden Fall kraftvoll. Alles Liebe zu dir. Dezember Ja. Bis zum nächsten Mal.